Oberfeldweber Hoffmann Stand 1 Wie lautet der sechste Wachbefehl? Ja, wer ist denn da bitte? Ich bin Gunnery Sergeant Hartman! Grüße Sie, was kann ich für Sie tun? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Wie bitte? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Das Saftsack, das lassen wir aber mal, gell? Wer hat das gesagt? Will zum Teufel wanz! Ich sag dir meinen Namen! Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin! Ja, was kann ich für Sie? Hören Sie mal, hören Sie mal, hören Sie mal! Ich bin hart, aber ich bin fair! Habt Ihr Maden das verstanden? Also erstens reden Sie mich nicht mit einer Marder an! Bullshit, ich hör ja nichts! Haben wir das verstanden? Sie reden mich nicht mit Marder an! Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Bitte? Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Sind Sie vom Stab? Wie lautet der sechste Wachbefehl? Ich hab keine Ahnung, jetzt auch! Ich nehm an, ich hab mich da gerade verhört! Ja, sollen Sie von der US-Basis? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Wie ist Ihr Name, Saftsack? Ja, nicht in diesem Ton, gell? Bullshit, ich kann Sie nicht hören! Nicht in diesem Ton hab ich gesagt! Jetzt reicht's! Ich nehm an, ich hab mich da gerade verhört! Na, hör Sie mal, jetzt hören Sie mir mal zu! Erstens brauche ich Ihren Namen! Sie, merke ich mir vor! Für was denn? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Wie ist Ihr Name, Sie, Fettsack? Oberfeldwebe Hofmann! Bullshit, ich kann Sie nicht hören! Sie sagen mir Ihren Namen! Nein! Ich stell' verdammt nochmal die Fragen hier, Private! Haben Sie verstanden? Nein! Dann danke ich Ihnen vielmals, Private! Kann ich auch mal was sagen? Das ist ja völlig krank, ist das! Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Das ist völlig krank! Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Ich nicht! Nein! Dann mach ich Sie also nervös! Aber bald! Dann mach ich Sie also nervös! Aber bald! Was soll denn das? Was ist das denn? Was? Treiben Sie ja nicht nochmal Ihr Spiegel mit mir! Wer treibt hier Wegespiegel? Die einzige... Habt Ihr nicht das verstanden? Der einzige, der Spiegel treibt das in der Musik! Sir! Jawohl, Sir!